moin moin liebe zuschauer und herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft sky factory ich wollte gerade skyblock sagen warum hast du den apfelbaum hingesetzt habe ich gemacht warum hast du nicht einfach hier in die andere seite hingekommen setzt einfach noch ein paar mehr erden hin weil wir wollen sowieso noch ein paar bäume pflanzen müssen halt hier viel kompost reinhauen naja die blätter sind halt so oder so da kann nochmal ein stück erde hin dann nehme ich die da wieder zurück 1,2,3,4 so guck mal was ich jetzt hier hab ja auf jeden fall oh gott wie viel ich hier verbaut hab hier wir haben jetzt hier so ein ja warte mal ich bin gleich bei dir ja ich weiß dass dich das immer weiter ausweitet ne sieb mein ich mein das sieb hier ja hast du auch schon etwas was du da durch hauen kannst ja erde richtig mit einem hämmer ich weiß nicht gibt es ein holzhammer also ein steinhammer gibt es auf jeden fall das weiß ich grasheets also wir haben schon mal grasheets ah so kriegen wir die seeds gut ja logisch melonen sammeln karotten seeds viele schöne dinge 8 cobblestone ja ja nice schöner fortschritt ähm aber kohle haben wir noch nicht ne kohle ne wir können dann glaube ich ein cauldron bauen da äh cobblestone reintun und drunter ne fackel und dann wird das glaube ich zu lava meine ich was wenn man was macht ein cauldron also so ein kessel halt bauen so ein steinkessel da drunter ne fackel und dann cobblestone reintun und dann wird das zu lava wenn ich das richtig im kopf hab irgendwie macht man ein steinkessel mit stein sieben stein glaube ich ok wir könnten rein theoretisch auch generatoren ausbauen äh ist vielleicht besser oder eins ja lass mich gucken also aus dem aus dem magma matigel macht man aus cobblestone lava aber das ist kompliziert ne magma größe bei jetzt noch nicht äh ähm ähm gut gut Okay, dann Ofen, warten wir jetzt noch weiter aus, die Insel. So. Okay. 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 Ich glaube, wir sollten uns aber darauf beschränken, tatsächlich eher tagsüber aufzunehmen, weil ansonsten gibt es doch teilweise sehr, sehr ruhige Phasen. Ja, weil ich konzentriert bin, lass mich konzentriert sein. Ja, ich weiß. Aber die Zuschauer müssen ja auch unterhalten werden. Ja, lass mich. Ich bin gerade an überlegen, wie man Lava macht. Ich guck gerade in den Rezepten nach. Ich weiß nicht, ob du in den Rezepten fündig wirst. Ja, lass mich doch. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Bäume schön im gleichen Abstand pflanzen. So. Da kommen auch Bäume hin. So und so. Okay. ich habe kein holz mehr ist dass ihr jetzt schon hier alles fertig kann ich hier jetzt das holz hier abbauen ja ja es sieht alles fertig aus ich brauche das holz hier ab ich kann ja immer ein oder zwei holz stehen lassen damit sie ja die blätter nicht einfach so verschwinden der barm hier ist sowieso viel zu groß so ja so Schon wieder 10 Minuten vorbei, die Zeit verfliegt wie sonst was. Gut, so. Und Jonas ist offenbar gerade weg. Nee, ich bin beschäftigt. Ach so. Du kannst echt verflucht still sein. Lass mich. Ich lass dich. Kurz auf mein Bett bauen. Ähm, brauchen wir ja aber eigentlich nicht. Wir können ja einfach durcharbeiten. Weil Monster kümmern uns ja nicht, weil wir so gebaut haben, wie wir gebaut haben. So. Hoppala. Gesundheit. Ja, nur. So. Gut. 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 Ist auf jeden Fall ein schöner, guter Fortschritt hier. Ui. Nur nicht runterfallen. Das wär kackjes. Und es regnet. Och, was mach ich denn? Ja. 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 Natürlich. Warum denn auch nicht? Warum nicht mal richtig bauen? Ist ja vollkommen unnötig. So Gut 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sind da jetzt 6 oder 5 dazwischen? 1, 2, 3, 4, 5 So Also Wir brauchen die Blätter, sagste So Wow Ein Blatt ist nach unten gesegelt Das gibt's doch nicht So Ach, wir haben Wasser Wir haben Wasser auf einmal Hä? Aufgefangen vom Regen Weißt du, jetzt baue ich extra so ein Ding, damit wir Wasser produzieren können Pack mal da Blätter rein Einfach hier rein Da rein? Ja Dann wird da automatisch Wasser raus Aber wollen wir aus dem Laub den Wasser machen? Ich dachte, wir wollen daraus Erde machen Ja, logisch, wenn wir daraus Erde machen Aber So funktioniert rein trittisch das hier Mit dem Wasser Ja Aber wir können uns auch rein trittisch auffangen Ja Pack einfach hier Erde Hier einfach Blätter rein Ins Wasser Okay Nee, geht nicht Hier nehmen wir das Wasser da raus Mit einem Eimer? Ich glaube, wir können einen Holzeimer machen Nein, können wir nicht Nicht, ich mach einfach einen Eiseneimer Äh, kein Problem Wieso? Wie? Äh, lass mich machen Ich hab ein bisschen in den Quapenrozetten rumgeguckt Glauben Ja gut, aber Ja gut, ich kann ja zum Glück mit da rein Gucken, was du da machst Damit die Zuschauer auch wissen Was denn jetzt tatsächlich so alles gemacht wird Hm Hala Ja, was? Mal raus Was denn? Dein Eichen hast du da reingepackt Nee, nee Also, ja, hab ich aber So, hier, holz und der Hammer Ja Daraus bekommen wir jetzt Kies Ja, Kies Genau Und da auskriegen war Erze Genau Ja Ja Aber ich Ich weiß nicht, ob wir dafür nicht ein anderes Sieb brauchen Nein Es gibt auf jeden Fall noch andere Siebe Wo die Wahrscheinlichkeiten besser sind oder anders sind Ich weiß Wollte ich nur gesagt haben, ne? Ich weiß, ob wir das ist, nein Aber wir müssen da riecht Aber wir müssen da riecht Ohne Und da riecht Und ich weiß Aber ich bin da riecht Ich bin da riecht Boah, hier war mehr Holz für Okay Aber normales Holz für Hey Hey So Und dann ist die Folge gleich auch schon wieder vorbei Ich sammle hier noch die paar Blätter Und dann Man kann sich ja mal hier um das Gestrüpp kümmern Was für Gestrüpp Was du den Riesenbaum da meinst Nee, danke, das ist dein Revier Alter Hä? Irgendwas spackt da rum Äh, so So Oh Gott So Echt jetzt Darum soll ich mich kümmern Ja, have fun Aha Aber nicht mit der Schere abbauen, weil sonst sind es normale Blätter Ja 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 Ich habe bisher die großen Bäume immer weg gemacht, jetzt hast du mal den Spaß Einverstanden Ja, einverstanden Sehr gut Nein Nee, tut mir leid, du hast zu spät geantwortet So So Was brauchst du jetzt gerade? Äh Warte Hm So Okay, ich stelle uns jetzt Einfach mal, weil ich einfach geil bin Ach, weil du geil bist, verstehe Aha Ja Heavy, Sleek Ich glaube, das braucht man Jetzt brauchen wir mehr von dem Hast du noch ein paar Spinnweben? Bitte, sind drin Mehr hast du nicht? Nee Oh, ich wieder welche Sag mal, hört das mit dem Regen eigentlich gar nicht mehr auf? Nee Will halt kackjes So, dann haben wir die Plattform gleich noch eine Folge beenden, bitte Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen guten Tag Schaut noch bei unseren anderen Projekten vorbei Und wir sehen uns morgen wieder Auf Wiedersehen Tschüss Tschüss